Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach vom 2. Februar 2024 direkt aus dem Medienzentrum. Ich spreche heute nicht mit Markus Somm, sondern mit zwei Kollegen über das, was heute aktuell ist. Mein erster Gast ist Marcel Odermatt, Bundeshausredaktor der Weltwoche. Ich war mit ihm gerade an der Medienkonferenz der Konferenz der Kantonsregierungen. 24 Kantone sagen Ja zu den Verhandlungsleitlinien des Bundesrats. Zwei Heldenhafte Kantone sagen nicht Ja. Einer, mein Kanton Schweiz, sagt sogar Nein. Und Marcel Odermatt, sein Kanton hat sich immerhin enthalten. Dein Kommentar? Ja, guten Abend miteinander. Das ist auch sehr interessant, weil vielleicht für die Leute von Ihnen, die historisch bewandert sind, also der Kanton Schweiz und der Kanton Nidwalder, haben ja immer gewisse Mühe gehabt mit dem Bundesstaat. Das hat ja sehr lange gebraucht, bis sich die Nidwalder richtig wohlgefühlt haben und da richtig mitgemacht haben. Es ist ja so, dass der Kanton Schweiz und der Kanton Nidwalder bei Volksentscheid immer wieder sich sehr, sehr kritisch äussern. Und von dort her überrascht es eigentlich nicht, dass gerade die beiden Kantone sich so kritisch äussern können. Was einfach erstaunlich ist, wir sind jetzt gerade eben bei dieser Veranstaltung gewesen und sind da zurückgekommen. Was schon sehr, sehr irritierend ist, ist halt, dass sich die Kantone immer noch hätten können, nicht dazu durchringen, dass es unbedingt bei dieser Abstimmung, von einer Jahrhundertabstimmung, es ist wirklich eine Schicksalsfrage, also welcher Weg geht es in die Schweiz? Und dass sich die Kantone da nicht dazu können, nicht durchringen zu sagen, es braucht auch Stände mehr. Das ist schon sehr, sehr überraschend und auch sehr, sehr irritierend. Ja, die offizielle Begründung der Kantone ist, das sei noch zu früh. Man muss zuerst genau wissen, was das Verhandlungsergebnis ist und dann erst können wir das beurteilen. Das ist komplett absurd, weil sie ja in ihrer Stellungnahme für dynamische Rechtsübernahme, für eine Streitbeinlegung, die am Schluss der Europäische Gerichtshof entscheidend ist. Sie sind für eine politisch-rechtliche Anbindung an die EU, wüssten aber noch nicht, ob sie Stände mehr wollen. Also es ist wirklich, man sieht auch, wie die Befürworter auch selber nicht richtig glauben, dass sie in diesen Verhandlungen etwas Gutes rauskriemen. Darum lassen sich das Türchen ja noch offen, mit dem Stände mehr. Sie haben das Gefühl, möglicherweise bei der Abstimmung könnte Stände mehr entscheidend sein. Und darum, rein taktisch, oder? Darum argumentieren sie so? Ja, das glaube ich auch. Es ist wirklich taktisch, aber es ist schon diese Woche, muss man schon sagen, es ist sehr, also die Stimmung in Bern ist sehr, sehr pro momentan für das Rahmenabkommen 2.0, wenn wir sagen. Wir glauben ja, in unserer Beurteilung ist es, oder in meiner Beurteilung ist es sehr, sehr stark, sehr, sehr ähnlich mit dem Abkommen, das 2021 abgelehnt wurde, also das der Bundesrat dann nachher bis heute gelegt hat. Es endet dann halt immer noch sehr, sehr stark. Trotzdem, wir hatten die Woche auch Economy Suisse gehabt, jetzt Kantone, man merkt schon eigentlich, der Teppich wird jetzt ausgelegt. Und es ist jetzt eigentlich die Frage, die ganz, ganz grosse Frage ist, können ich jetzt die gegnerische Seite, also das sind vor allem, natürlich politisch ist das vor allem die SVP, also eigentlich allein die SVP, und dann nachher andere Kritiker, können ich die jetzt den Fuss reinheben und aufzeigen, wo da die kritischen Punkte sind, weil man gemerkt, es ist eine riesige Welle jetzt, es ist perfekt vorbereitet, auch für die PR-Agenturen und für die Leute, die am Hintergrund jetzt arbeiten, und versuche ich jetzt da den Teppich können auszurollen für das Rahmenabkommen 2.0. Und es wird jetzt die Aufgabe sein, das ist sehr, sehr schwierig, sehr, sehr anspruchsvoll, aber ich glaube, es gibt schon Punkte, die man eben wirklich an den Fuss reinheben und die man kann eine Gegensteuer geben. Hast du das Gefühl, man verliert sich dann in technischen Detail, wenn man das macht, oder gibt es zum Schluss, weisst du, das grosse Bild, wo die SVP ja schon zeichnet mit Kolonialvertrag, Unterwerfungsvertrag, das ist ein wenig lächerlich gemacht worden, also gestern bei Economie Suisse, wo wir auch beide waren, kann man das denn so zusammenfassen, oder geht es zum Schluss, bleiben die Behauptungen, auch von Monika Rühl, wir haben es heute auf nebelspalter.ch gebracht, oder, dass sie einfach sagt, ja, das Scheidsgericht könne ich allein entscheiden. Kann man das durchtragen, deiner Meinung nach, in einem Abstimmungskampf, oder irgendeinem Grund? Ja, also ich persönlich glaube, es ist sehr, sehr stark auch eine Frage über Demokratie und Souveränität. Also man muss sich einfach vorstellen, Economie Suisse und jetzt auch die Kantone, das wird sehr, sehr stark, da geht es um Wohlstand, es geht um Wirtschaftswachstum, das heisst, wir brauchen das, um unseren Lebensstandard zu behalten. Aber ich glaube, es geht natürlich auch um viel mehr, respektive es geht auch um ein Gefühl, also die Schweiz ist das Land, wo man sagen darf, wo sicher in den letzten Jahrzehnten oder letzten Jahrhunderten sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht hat mit dem demokratischen System, mit der Mitsprache der Bürger, mit der Möglichkeit, sich zu äussern zu den exotischen Sachen, zu den ganz, ganz zentralen Fragen und das ist einfach eine Frage, wo man sich stellen muss, ist die Bevölkerung bereit, einen Teil von dieser Souveränität, von diesen Mitsprachenmöglichkeiten abzutreten? Das ist ja auch ein Argument gewesen, das sehr, sehr schwierig für die europäische Eliten, sage ich jetzt mal, zu verstehen, ist auch mit dem Brexit, haben wir das in Grossbritannien gesehen, dass in den Briten einfach das Wichtigste war, dass sie gesagt haben, wir wollen auf unserer Insel bestimmen, wir wollen mitdiskutieren, jetzt können wir das immer weniger, immer beschränkter und wir wollen das nicht mehr. Und das ist auch ein Grund, warum die Briten am Schluss nach einem Jahr für den Brexit abgestimmt haben in einer Mehrheit. Und da frage ich mich natürlich, kann man diese Argumente auch, kann man das auch zu einer Debatte machen, wo es auch überordnet geht, wo man eben nachher nicht nur über die Details diskutiert, sondern aber über das grosse Ganze und das grosse Ganze ist, die Schweiz würde, wenn sie da mitmacht an Souveränität und demokratische Mitsprache verlieren, ganz klar. Und das steckt einen Geiss weg und die Frage ist, wo sich Bürgerinnen und Bürger von diesem Namen stellen müssen, wollen sie das oder wollen sie das nicht. Mir fällt auf, dass die Befürworter genau über das nicht reden wollen, oder? Darum reden wir die ganze Zeit über die Ausnahmen, die gewährt worden sind. Man spricht über den Lohnschutz, über die Unionsbürgerrichtlinie. Sie gehen eben auch schon in die technischen Details, behaupten dann irgendetwas. Aber du hast recht, der grosse Elefant im Raum ist die Frage der politischen Teilhabe von den Menschen in diesem Land, von den Bürgerinnen und Bürgern. Das wird je näher. Das kannst du aufrechterhalten, dass man nur über irgendwie Bilaterale redet und so tut. Das sind jetzt immer noch Wirtschaftsverträge, das ist ja auch der Begriff Bilaterale. Da muss man sagen, dieser Begriff hat man ja genommen, weil wir Verträge haben immer noch, die rein wirtschaftlich sind und eben keine institutionelle Anbindung haben. Aber jetzt will man das, jetzt ist es wirklich eine politische Frage. Vielleicht im Parlament kommen wir jetzt immer noch durch. Aber dann wird es damals wie beim EWR sein, dass man je länger es geht, wird man weniger über den wirtschaftlichen Preis oder Nutzen oder was immer reden, sondern man wird immer mehr über die Politik reden. Das ist auch heute bei den Kantonen der grössere Teil ihrer Stellungnahme. Es geht gar nicht um die Frage. Zum Beispiel die kantonale Souveränität kommt auch niemand vor. Also es ist dort einfach abgeschrieben, es ist ziemlich viel Copy-Paste, habe ich das Gefühl, von irgendwelchen Bundesrats-PR-Sachen. Das kannst du alles organisieren, die Welle, die jetzt hier läuft. Aber irgendwann, das ist ja das Schöne an unserer direkten Demokratie, irgendwann muss die Welle wirklich bei den Menschen nachkommen können. Und ich bin immer noch hoffnungsvoll. Ja, jetzt glaube ich, ich bin ein bisschen kritischer oder ein bisschen skeptischer. Leider als du. Ich glaube wirklich, das Problem ist bei der Abstimmung. Also wir haben die letzte vergleichbare Abstimmung von 1992. Das ist jetzt eine Generation, die leider nicht mehr da ist. Ich sage mal, wenn man 1920 auf die Welt gekommen ist, dann war man 72 und hätte dann noch abstimmen können 1992. Also das ist eine ganze Generation von Menschen in diesem Land gelebt, die sich bewusst haben, dass es auch Vorteile hat für die Schweiz, dass sie ein souveräner Kleinstaat ist, der selbst keinen Entscheid fällen kann. Die Generation ist jetzt nicht mehr da. Umso wichtiger wird es jetzt sein, da Aufklärungsarbeit zu leisten und eben an der Gegner zu sein, das aufzuzeigen. Dass es eben eine Bedeutung hat, dass es einen Wert hat, dass Demokratie in schweizerischer Ausprägung, dass es ein Gut ist, das in der Schweiz wahnsinnig viel gebracht hat und uns auch wahnsinnig viel geholfen hat. Dass wir von vielen, vielen Sachen, die andere Länder ertragen mussten und ihre Bevölkerung verschont geblieben sind. Und das werden wir jetzt versuchen zu machen, hoffe ich. Und danach ist es sicher ein hoffenes Resultat zu erwarten. Aber weisst du, wenn du jetzt in Europa schaust, zum Beispiel die Bauernproteste oder so, oder? Das zeigt ja auf, dass die repräsentative Demokratie, deren würden wir uns ja annähern, weil wir eben zum Konkret und ein bisschen technisch werden, es wäre schon noch vorgesehen, wir könnten schon noch abstimmen und wir könnten auch noch Initiativen machen, aber die Initiativen würden einfach nicht umgesetzt, so wie die Initiative, die vor zehn Jahren angenommen worden ist, die Masseneinwanderungsinitiative. Es wird einfach nicht mehr umgesetzt, wenn es irgendwie mit EU-Recht, wenn die EU schon droht. Und bei einer Referendumsabstimmung dort würden wir höchstens Nein sagen können, unter der Drohung von irgendwelchen Ausgleichsmassnahmen der EU. Das ist nachher, der Oliver Zimmer sagt dem Democracy in Name Only, also eine Demokratie, nur noch am Namen nahe. Und ich glaube wirklich, wenn du umschaust, wir sind eben die moderne Staatsform, die Staatsform vom aufgeklärten, modernen, selbstverantwortlichen Bürger, wo sein Leben selber leben will und wo selber mitbestimmen will, was gilt im Land. Darum sind wir, ich glaube eben, wir sind die Avantgarde und das muss man wieder ein bisschen erzählen. Ja, das finde ich auch, ja. Und eben, es wird darum gehen, jetzt in den Leuten das genau zu erklären, den Vorteil des Systems. Aber, das möchte ich einfach noch hier einbringen, das haben mich in der letzten Woche sehr beschäftigt, der Domenic Ledergerber, das ist der Präsident der jungen SVP. Das ist so ein Goldküstenbauer, ein junger Mann, so ein Mitreiziger vom Kanton Zürich, und da haben wir ihm mal bis Gütli gesagt, seine Generation, das ist ein Mitreiziger, kann niemand mehr erklären, ganz unabhängig, ob sie SVP sind, ob sie FDP sind, ob sie SP sind, ob sie Klimakleber sind, oder Banker, von seiner Generation kann niemand mehr erklären, was die Gründe sind, warum es in der Schweiz so gut geht. Und das ist natürlich schon eine riesen Herausforderung für unsere Generation, die ein bisschen älter sind, und man kann quasi sagen, wir müssen da bei der Grundlagenarbeit arbeiten, und auf diese Vorteile eingehen und das können sie erklären. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel zu dieser Abstimmung, dass man sich gewinnen kann. Gut, das ist halt ein riesen Skandal, dass das nicht im Lehrplan 21 drin sind, oder? Also, warum es eigentlich in der Schweiz wirklich so gut geht. Marcel Odermatt, vielen Dank für den kurzen Besuch. Ja, und am 3. März stimmen wir über die Renteninitiativen abstimmen, das ist eine ganz wichtige Abstimmung. Und dazu haben wir diese Zuschrift, diesen Clip, bekommen. Am 3. März stimmen wir über zwei Vorlagen ab. Die Renteninitiative der Bürgerlichen und die 13. Anfahrrente der Gewerkschaften. Hallo zusammen, ich bin Melanie, 25, und setze mich dafür ein, dass meine Generation keinen Schuldenberg überlassen wird. Und ich bin Maia, ich bin 73 und möchte, dass meine Enkel auch noch eine Rente bekommen. Wir leben immer länger und die Geburtenrate sinkt. Machen wir so weiter wie jetzt, braucht es laufend höhere Steuern. Genau darum will die Renteninitiative das Rentenalter an die Lebenserwartung binden. Das schafft Gerechtigkeit für alle Generationen. Darum stimmen auch Sie am 3. März ja zur Renteninitiative. Die nächsten Generationen werden es Ihnen danken. Wir wechseln jetzt den Stuhl. Es kommt zu mir ins Büro der Georg Hessler, Bundeshausredaktor der NZZ. Hallo Georg, danke, dass du kamst. Sellei, Dominiki, ich habe euch gebannt zugelöst. Und in einem Punkt haben wir ganz sicher über Einstimmung, Souveränität ist wichtig, aber Souveränität fährt mit Sicherheit an. Und über das wollen wir reden, weil das haben wir sicher gehört diese Woche. Ich sage jetzt einen Skandal in Anführungs- und Schlusszeichen. SRF am Mittwoch spricht von einem Milliardenloch, von einer Finanzplanung, die falsch war. Die Armee ging das Geld aus, und zwar weil sie eben zu viel bestellt haben. Am Dienstag dann die Retourgutsche vom Armeeschef Thomas Süssli, der sagt, nein, es ist einfach eine Liquiditätsproblematik. Ich bin nicht so Militärexperte, du bist der, der das am engsten verfolgt von uns allen hier im Medienzentrum, insbesondere natürlich für die NZZ. Da kann man deine Sachen lesen. Erklär uns, was ist genau passiert? Ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass wir beobachten können, dass Sicherheitspolitik in einem Silo passiert und Finanzpolitik in einem Silo passiert. Und dass die beiden Politikfelder irgendwie aneinander verbreiten. Ich glaube, das ist die wichtigste Erkenntnis, die ich aus dieser seltsamen Woche herausziehe. Ich glaube, es ist falsch, wenn man SRF-Bashing machen würde. SRF hat aufgrund von einer Unruhe angefangen zu recherchieren, ein Papierli vorgezogen, wo tatsächlich alarmierende Zahlen drauf waren. Nur das Problem war, dass die meisten Zahlen bzw. die Grundaussage von diesem Papier längst bekannt ist. Der Chef der Armee, der Gorkommandant Züssli, hat bereits am 15. März, oder mindestens im März von der Sicherheitspolitischen Kommission vom Ständerat, gesagt, wir haben ein Problem, wenn das Armeebudget nicht bis 2030 auf 1% anwächst, sondern erst auf 2035 her. Das ist nicht ganz einfach zu verstehen. Dann werden wir ein Problem haben und können nicht mehr investieren. Es gehen uns 10 Milliarden verloren. Was in diesem Papier interessant drin war, und vor allem gestern auch dargestellt worden ist, es ist nicht nur ein Investitionsstopp, den die Armee hat, sondern ihr Problem ist, dass die Pflichtungskredite, die eingegangen worden sind, dass man dort umschichten muss, dass man dort umlagern muss, weil es eben noch ein Defizit gab. Man hat, wo das Budget 2022 kurzfristig gegen den Ukraine-Krieg aufgestockt worden ist, begann man sehr schnell zu investieren und hat jetzt Verpflichtungskredite, die man vor sich her schiebt. Das ist ja eigentlich das Problem. Das Parlament hat zusammen mit dem Bundesrat etwas Hüsch und Hot gemacht. Einerseits hat man im Dezember 2022 gesagt, jawohl, mehr Geld. Du hast es gesagt, unter dem Eindruck von diesem Krieg. Dann hat der Bundesrat schon etwas gebremst und definitiv hat das Parlament ganz knapp mit der Linksmehrheit jetzt im Dezember 2023 bremst. Und natürlich hat die Armee sich den Beschlüssen angepasst. Aber es ist jetzt anders als vor einem Jahr. Kann man das so verkürzt zusammenfassen? Ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich habe mich bis jetzt vor allem mit Sicherheitspolitik befasst. Seit etwa drei, vier Monaten habe ich relativ viel gelernt, was Finanzpolitik angeht. Und ich glaube, man muss wirklich auseinanderhalten. Es gibt die Finanzplanung. Das ist etwas, das jeweils in der Wintersession beschlossen wird. Das wird quasi der finanzielle Rahmen für das nächste Jahr geben. Die Armee hat eine Budgeterhöhung bekommen 2022. Man hat zweimal Rüstungsprogramme bewilliget. Zuerst im VBS, dann im Bundesrat und dann im Parlament, die diesem Wachstum Rechnung tragen. Man hat in der Budgetplanung Ende 2022 diesen Plan bekräftigt. Es hat aber, und das muss man fairerweise auch sagen, und wir sind ja fair als Liberale. Immer. Man muss man fairerweise sagen, es hat bereits Anzeichen gegeben, deutliche Anzeichen vom Finanzdepartement, das zu wenig Geld zur Verfügung gestellt hat, dass es vor allem nicht mehr mit der Schuldenbremse aufgeht. Und die Schuldenbremse ist aus liberaler Sicht auch ein relativ wichtiges Gut. Das ist sehr wichtig, aber jetzt habe ich schon ein Gefühl. Könnte es auch sein, dass die beiden Bundesrätinnen nicht genug miteinander geredet haben? Das ist eines meiner ganz grossen Rätsel. Ich stelle mir die Frage, warum geht Viola Amher, die Chefin des Verteidigungsdepartements, mit einem Rüstungsprogramm 2023 zu trennen, der wirklich hart an der Grenzen ist, wenn man bedenkt, dass der Finanzplan könnte ändern? Es gibt hier keinen Spielraum, keine Eventualplanung. Wir lernen im Militär, Eventualplanung ist wichtig. Und auf der anderen Seite, warum beharrt das Finanzdepartement derart auf dem Militärbudget, als Ort, wo man sparen kann? Warum redet man nicht miteinander? Warum gibt es keine kohärente Politik in diesem Bereich? Jetzt waren wir sehr, sehr abstrakt, aber wenn wir jetzt das Ganze wieder zurücknehmen, gehen wir auf die Sicherheitspolitik, müssen wir sagen, mit der gegenwärtigen Situation, die wir haben, 1% BIP bis 2035 mit dem Investitionsstopp, ist es her, also die Bodentruppe, die schweren Mittel der Bodentruppe, sind die Existenz gefährdet. Ab 2030 ist es möglich, dass wir keine Artillerie haben, auf eine wesentliche Fähigkeit von einer Armee verzichten. Und da muss man sich dann überlegen, was bleiben für Alternativen. Eine Alternative ist, wir machen das, wir machen das wie die Holländer, und lehnen uns an die NATO an, wir steuern eine starke Luftwaffe bei, dafür haben wir keine Bodentruppe, so machen das die Holländer. Die Frage ist einfach, müssen wir da nicht der NATO beitreten? Diese Frage ist nicht gelöst. Und die andere Variante ist, und ich glaube, das ist die zwingende Variante, wenn wir der Schweizer Wehr-Tradition folgen wollen, ist es einen bürgerlichen Schulterschluss, und zwar von der SVP über die FDP über die Mitte, ja, die Mitte als bürgerliche Partei, und als semi-bürgerliche Partei, vielleicht sogar die Grünliberale, dass man sagt, wir geben der Armee rechtzeitig genug Geld, dass sie mindestens den ersten Aufwuchsschritt für die Wiederherstellung, für die Edigungsfähigkeit bis 2030 realisieren kann, weil sonst wird die Schweiz um Sicherheitsrisiko zu mitten in Europa. Da bin ich bei dir, es braucht eigentlich den Schulterschluss, die Klarheit, die sicherheitspolitische Überzeugung. Ich finde auch, es sollte auch noch Sozialdemokraten geben, die das machen. Du erinnerst dich, man hat einmal gesagt, die Sozialdemokraten dürfen im Bundesrat nur mitmachen, wenn sie sich zur Landesverteidigung bekennen, das ist schon lange her, ich gebe es zu. Aber du forderst das jetzt, aber genau das ist ja im Dezember gescheitert, also um eine Stimme natürlich, aber die Sicherheitspolitik ist nicht mehr eine bürgerliche Kernpolitik. Es gibt ganz offensichtlich in der Mitte-Partei die Unteranwägung bei gewissen Leuten, wenn sie der Bauernlobby folgen, oder wenn sie mit Sicherheit investieren. Die Armee hat kein Lobby, die Armee hat kein Produkt, die Armee ist eine Versicherung und die Armee macht dann einen guten Job, wenn sie sie nicht braucht, die Mittel, die man beschafft, nur zum Training dienen. Dann hat die Armee einen guten Job gemacht, dann hat es sich gelohnt. Und das ist natürlich schwierig in einer Welt, in der sehr viel Lobbyarbeit betrieben wird, insbesondere auch von der Landwirtschaft. Das ist die Güterabwägung innerhalb der Mitte-Partei. Ich habe den Eindruck, gerade Ständerätin Andrea Gmür aus Luzern hat Begriffe, worum es geht. Marianne Binder aus dem Kanton Aargau wurde der Reto Nause, frische Nationalrat gewählt, von der Mitte aus Bern. Die haben die Sachen erkannt, die sind dran, dem Weibel noch innerhalb der Partei. Es gibt Bewegung in der Mitte und ich glaube, die Mitte will nicht die Partei sein, die die Wehrhaftigkeit der Schweiz, die Landesverteidigung der Schweiz zu Grabe trägt. Das werden wir sehen. Das wirst du weiter beobachten für die NZZ, mir bei nebelspalter.ch Für Sicherheit wichtig ist auch Energie. Und wenn euch Energie interessiert, dann hört ihr jetzt hier rein. Woher kommt unser Strom? Wie viel CO2 stösst die Schweiz tatsächlich aus? Welche Rolle spielt Wasserstoff? Und wie lange haben wir noch Energie, wenn alle Stränge rissen? Die Antworten auf alle ihre Energiefragen gibt es jetzt auf Powerfacts.ch Von Mobilität bis Gebäude, von Klimaschutz bis Versorgungssicherheit. Powerfacts.ch Fakten statt Fake. Wissen statt Wer weisen. Jetzt unter www.powerfacts.ch Das war es, Bern einfach am 2. Februar 2024 mit der Gäste Marcel Odermatt von der Weltwoche, Georg Häsler, NZZ. Danke vielmals für das Zuhören von diesem speziellen direkt aus Bern, Bern einfach zu euch in die Ohren. Ich wünsche allen ein gutes Wochenende. Denkt uns weiterempfehlen. Denkt daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist. Wir hören uns wieder am Montag auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das war Bern! Das war Bern! Das war Bern! Das war Bern! Das war Bern!